Wenn Unkonventionalität plötzlich konventionell ist, dann ist es irgendwann wieder rebellischer, sich ein paar Regeln zu halten. Das Schöne an den Worttugend ist, dass es erstmal sperrig und total aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube, dass wir in unserem Enthusiasmus für Freundschaftlichkeit einfach wahnsinnig viele Dinge einfach über Bord geworfen haben, die wir plötzlich vermissen und da sind so ganz sperrige Begriffe dabei, wie Ritterlichkeit, Lässigkeit und Anstand. Wie kann man heute Ritterlichkeit leben? Klar ist es ein Buch über ernste Dinge, aber sie sind schon so formuliert, dass man sie auch mit einem Lächeln auf den Lippen konsumieren kann. Also ganz unter uns, Sie können das Buch auch in der Badewanne lesen.